Fußball hier dazu, Grid kommt vom lieben Kevin und ihr fragt euch sicher alle, was unten links ist, das Logo der russischen Liga. Es ist ein Bär, was erwartest du? Seit wann ist das das Logo? Die haben so ein Rebranding gemacht, wie La Liga auch. Ja komm, dann fangen wir direkt mal an mit Schalke russische Liga Höwedes. Das wäre natürlich auch der Weltmeister gewesen. Schalke Mainz, Tom Kraus. Valencia Weltmeister, David Villa. Ist auch Weltmeister geworden, ne, der Bruder, mit Spanien. Bei Brasiliana Mainz habe ich so ganz viele Gesichter im Kopf. Aber irgendwie will es gerade keiner so richtig sein. Auf Gefahr hin, dass ich mich hier komplett verhaspele. Ich mache es aber einfach trotzdem. Ist Brasiliana Mainz, Kajubi. Ich könnte zwar jetzt Brasilian Mainz zumachen, wenn ich drauf kommen würde, aber das tue ich natürlich nicht. Und ich will mich da jetzt auch nicht auf Glatteis begeben. Deswegen Brasiliana russische Liga, Malcolm. Dann machen wir Weltmeister russische Liga, ist Roberto Carlos. Mainz Weltmeister, André Schürde. Brasiliana Valencia ist Gabriel Paulista. Wir sind wieder genau wie vorher da. Mainz, Brasilian. Wir haben echt ein Brett vor dem Kopf. In die Kommentare, wer es ist.